Nächste Haltestelle. Busfunk. Hallo, ich bin Andreas May. Mein Motto? Safety first. Die Sicherheit steht bei mir immer an erster Stelle, sonst wäre ich nicht hier. Andreas heißt mit vollem Namen Andreas May, ist VAG-Betriebsleiter und Leiter des Geschäftsbereichs Steuerung Betrieb. Und wenn man es ganz genau nimmt, ist er streng genommen verantwortlich für die Sicherheit hunderttausender Fahrgäste der VAG und das jeden Tag. Wie bekloppt muss man sein, um diesen Job zu wollen, Andreas? Nicht bekloppt darf man nicht sein und muss man nicht sein. Man muss motiviert sein und man muss es wollen. Das ist so, also in dieser Tätigkeit steckt viel Engagement, Wille, Identifikation mit der VAG, mit den Menschen in der VAG. Und man muss einfach Betriebler sein und sagen, ey, das ist eine Aufgabe für mich, die will ich machen. Und wenn du diese Motivation mitbringst, jeden Tag mitbringst, dann dir noch das Wissen aneignen ist, was auch ein großer Berg ist, dann schaffst du das. Dann schaffst du das jeden Tag. Und dann geht es auch so gut, dass du auch noch in Ruhe schlafen kannst, dass du auch noch mal abschalten kannst. Und dass du vielleicht einmal nicht an die VAG denkst, das geht. Und damit fahre ich jetzt seit sechs Jahren sehr gut. Es steckt aber auch, und das hast du gar nicht aufgezählt, vor allem sehr, sehr viel Verantwortung hier tatsächlich drin. Ja, es steckt Verantwortung drin. Die konzentriert sich formal auf eine Person. Das ist der Betriebsleiter. Der steht am Ende der Pyramide. Wie weit geht das? Das bist du. Du bist der Betriebsleiter. Du stehst am Ende dafür gerade, wenn in Sachen Sicherheit etwas überhaupt nicht funktioniert hat, sagen wir mal. Genau, so ist das. Wie weit geht das? Könntest du ins Kittchen kommen? Ja, das kann passieren. Also es hat schon Betriebsleiter gegeben in anderen Verkehrsunternehmen, wo etwas Schlimmes passiert ist, die dann persönlich haftbar gemacht wurden. Das ist so. Ich stehe persönlich als Mensch, als Person dafür gerade, dass bei uns die Sicherheit ordnungsgemäßer Betrieb gewährleistet ist. Aber es ist natürlich dann auch so, ich kann das nicht alles selbst gewährleisten. Ich kann nicht zu jeder Zeit überall sein. Das geht nicht. Das heißt, hauptsächlich bin ich dann dafür verantwortlich, das zu organisieren und sicherzustellen, dass die gesamte Organisation, die gesamte VAG mich unterstützt. Und jeder seine Arbeit macht, jeder dafür gut ausgebildet ist, an seiner richtigen Stelle arbeitet. Und das ist bei der VAG so, sodass ich mich auf die VAG auch verlassen kann. Jeder hat seine Arbeit, auch seine Verantwortung, seine Aufgaben. Die erfüllt auch jeder, auch jeder gut und sehr gut. Und das lässt mich dann in Ruhe schlafen, weil ich weiß, die VAG funktioniert. Ich will auch da gar nicht so sehr darauf rumreiten. Wir wünschen der VAG, dass es nie so ein schlimmes Ereignis gibt, dass du ins Gefängnis musst. Aber fährt da nicht so. Und wenn es nur unterbewusst ist, immer so eine Unbekannte mit. Weil ich meine, natürlich, du hast tolle Kollegen und die VAG ist generell ein Betrieb, der sehr viel Wert auf Sicherheit legt. Alles fast mit doppeltem Boden und so. Und trotzdem ist ja da so dieses Fünkchen, wofür du dann im Endeffekt trotz einem perfekt organisierten Laden nichts kannst, aber trotzdem verantwortlich bist. Die Verantwortung spüre ich. Die spüre ich jeden Tag. Die kann mir auch keiner nehmen und die soll mir auch keiner nehmen. Und das ist mir auch immer bewusst. Mal mehr, mal weniger. Wenn es mal nicht so gut läuft, dann mehr. Dann frage ich schon, wenn ich irgendwo hinkomme, ich weiß, dass ein Unfall passiert, ich entscheide, ich fahre da hin. Was erwartet mich dort? Ich stehe mir das so vor aus den Schilderungen, die mir bis dahin vorliegen, aus dem ähnlich Erlebten. Und dann überlege ich mir schon, wie gehe ich vor? Wie schaue ich mir die Situation an? Mit wem spreche ich? Worauf achte ich? Welches Bild mache ich mir? Und dann kommen schon die Fragen, wie konnte das passieren? Und wenn ich dann dort bin und die Situation kenne, frage ich mich, wie kann man das vermeiden? Wie konnte es dazu kommen? Kann ich dafür tun zukünftig? Was können die Techniker tun? Was können die Betriebler tun? Und wer müsste jetzt handeln, damit das nicht wieder passiert? Und da kommt die Verantwortung dann zum Tragen, wo sie dann für mich auch greifbar ist. Ich sage, okay, das ist jetzt passiert. Ich muss dafür vielleicht auch Rede und Antwort stehen. Wem gegenüber musst du Rede und Antwort stehen? Erstmal. Also formal als Person, Betriebsleiter, haben wir eine technische Aufsichtsbehörde. Das ist ein sperriger Begriff, aber die gibt es. Die ist bei der Regierung von Mittelfranken in Ansbach. Die beaufsichtigt die Betriebe mit Straßenbahnen, U-Bahnen im nordbayerischen Raum, zum Beispiel Würzburg und Nürnberg. Ohne diese Behörde dürfen wir nichts tun. Das fängt schon damit an, dass die Behörde zustimmen muss, dass ich Betriebsleiter bin. Das darf das Unternehmen allein auch nicht entscheiden. Das heißt, da wird dann gecheckt, wie viele Punkte in Flensburg hat der, hat der meine Bank überfallen? Also da wirst du quasi durchleuchtet und dann legt man fest, okay, der hat eine weiße Weste, der könnte das sein. So einfach ist es gar nicht. Also die Prüfungen werden gemacht. Ich muss ein Führungszeugnis vorlegen. Für den Bus muss ich auch einen Auszug aus dem Punkteregister Flensburg vorlegen. Solche Dinge, dass ich als Person geeignet bin und das nichts gegen mich spricht, da muss ich eine gewisse Qualifikation nachweisen. Also man darf nicht mit Hand auflegen, Betriebsleiter werden. Also ich muss eine Ausbildung machen, muss eine Prüfung ablegen. Dann habe ich die Qualifikation dafür und dann sagt der Vorstand, wir möchten den Herrn May als Betriebsleiter bestellen. Das geht dann schriftlich an die Aufsichtsbehörde. Dann werden alle Unterlagen dabei gelegt und die Aufsichtsbehörde sagt, jawohl, ihr dürft das machen. Und dann bekomme ich vom Vorstand ein Schreiben, in dem drinsteht, dass ich zum Betriebsleiter für Straßenbahn und U-Bahn und zweite Funktion, Bus, bestellt werde. Und dann habe ich die Verantwortung. Jetzt ist dann irgend sowas mal passiert und dann hast du ja gesagt, dann wirst du alles dafür tun, dass sowas nicht nochmal passiert. Dann hast du aber diesen riesigen Apparat mit Hunderten von Fahrzeugen, mit was weiß ich wie viele, hunderttausend Menschen, lauter Unbekannte, auf die du ja selber jetzt gar nicht so, du hast die ja nicht alle im Blick. Du kannst ja nicht jede Neueinstellung bei der VAG oder jedes Fahrzeug selber fahren, prüfen, testen oder wie ist das? Ja, da kommt wieder die VAG als Organisation, als mit Bereichen, mit Abteilungen, mit Gruppen wieder ins Spiel, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte. Und das muss ich halt organisieren, dass ich sage, zum Beispiel, wer kommt in die VAG, wer wird Fahrer bei uns? Von mir wird verlangt, dass ich sage, ich habe diese Anforderungen. Du musst einen Führerschein haben, du musst eine Ausbildung haben, du musst zum Betriebsmediziner gehen. Ja, du brauchst einen Auszug aus dem Punkteregister, was auch immer. Diese Anforderungen hast du festgelegt? Die habe ich festgelegt. Ein anderer Anbieter kann sagen, ach, pfeift drauf, ob der Punkte in Flensburg hat oder ist das dann auch wieder? Das ist verschieden bei einem Busfahrer, der hat einen Führerschein, einen persönlichen Führerschein, der gesetzlich geregelt ist. So, und den bringst du als Person mit und den kann dir niemand nehmen. Du kannst jetzt sagen, VAG gefällt mir nicht mehr, ich gehe jetzt nach Würzburg und fahre einen Würzburg-Bus. Dann brauchst du vielleicht eine Linieneinweisung, aber du kannst Bus fahren. Das kann dir niemand nehmen. Im Bereich U-Bahn und Straßenbahn ist das anders. Da steht nur drin, dass derjenige eine Berechtigung braucht. Mehr nicht. Was jetzt dazu notwendig ist, ob man als U-Bahn-Fahrer auch einen Führerschein braucht, wie lange die Ausbildung ist, welche Inhalte der Ausbildung, wie die Prüfung aussieht, das muss der Betriebsleiter festlegen. Wie hast du das festgelegt? Braucht man einen Führerschein als U-Bahn-Fahrer bei der VAG? Ja, braucht man. Ich will das haben, weil ich sage, ich möchte von den Menschen, die bei uns eine U-Bahn fahren, auch sehen, dass sie fähig sind, ein Fahrzeug zu fahren, dass sie das schon mal unter Beweis gestellt haben. Mit einem Führerschein. Das steht selbst für eine Straßenbahn nicht in der Verordnung drin. Man könnte formal eine Straßenbahn ohne Führerschein fahren. Aber nicht bei dir. Aber nicht bei mir, weil ich sage, wir bewegen uns im Straßenraum. Man muss ja auch die Straßenverkehrsregeln kennen, wenn nicht als Straßenbahn neben Pkw fahren. Und da mache ich die Vorgaben. Ich bin natürlich nicht bei jedem Bewerbungsgespräch dabei. Dafür gibt es eben die Fahrschule, die Personalabteilung, die Gruppenleiter. Jetzt haben wir eingestellt, die erfüllen die Anforderungen der VAG und des Betriebsleiters. Jetzt geht es weiter. Wie werden die ausgebildet? Auch das erfolgt in Abstimmung zwischen Fahrschule und mir. Ich bekomme dann die Ergebnisse der Prüfungen. Ich unterschreibe sogenannte Berechtigungszeugnisse. Steht drin, Müller, Meier, Schulze. Stefan Meixner darf Bus fahren. Das unterschreibe ich. Dann bekommst du einen Ausweis mit einem Bild drauf. Du hast auch für mich unterschrieben. Schau auf deinen Ausweis drauf, steht mein Name drauf. Nein, ehrlich. Jetzt habe ich ihn nicht da. Steht auf jeden Ausweis? Zeig mal. Das ist der einzige Ausweis mit dreimal Mai. Tatsächlich, ja. Ich habe immer gesehen, da ist eine Unterschrift da hinten drauf. Da geht auch immer nur ein Jahr, der Mitarbeiterausweis. Da muss er wieder erneuert werden. Ja, genau. Kann verlängert werden. Ja, genau. Weil wir auch sagen, es ist auch festgelegt, wie oft wird man weitergebildet. Und wenn man nicht zur Weiterbildung geht, erlischt die Berechtigung, erlischt der Ausweis. Und das sind alles so Dinge, die der Betriebsleiter festlegt, aber selbst nicht umsetzen und prüfen kann. Man muss immer so gewisse Kontrollen einfügen und sagen, ich will jetzt mal am Ende des Jahres wissen, wer war alles in der Weiterbildung. Oder ich möchte die Inhalte der Weiterbildung kennen. Oder ich nehme mal an einer Weiterbildung teil. Oder ich fahre mal mit dem Straßenbahnfahrer mit. Ich gehe selber mal in eine Weiterbildung, wo ich eigentlich nicht teilnehmen müsste und schaue mir mal an, wie arbeitet die Fahrschule. Mein Gott, ist das spannend. Und das ist der Mann, der für die Sicherheit aller Fahrgäste der VAG verantwortet. Also das ist ein ganz großer Blumenstrauß an Themen. Das waren jetzt so betriebliche Facetten. Ich muss auch dafür sorgen, dass die Fahrzeuge in Ordnung sind. Aber ich repariere nicht. Ja, natürlich nicht. Ich mache keine Messungen, ich mache keine Prüfungen, aber ich bekomme halt die Prüfungsprotokolle zugesandt. Die muss man lesen können. Die muss ich lesen können, die muss ich unterschreiben. Die werden dann abgelegt. Und wenn die Aufsichtsbehörde kommt und sagt, wir wollen mal gucken, ob deine Straßenbahnfahrzeuge in Ordnung sind, dann kommt sie erst mal zu mir. Ja, dann gehe ich zur Fachabteilung und sage, mach mal euren Schrank leer und lege das mal auf dem Tisch. Und dann muss das alles auf dem Tisch liegen. Es muss von mir unterschrieben sein. Und dann gehen die Leute wieder nach Hause zufrieden. Hast du einen Stellvertreter, der dann die Verantwortung übernimmt? Nein. Also auch wenn du im Urlaub bist und es wäre die Day, dann trifft es dich auch am Ende. Nein. Ah, das nicht? Nein, es gibt auch Auszeiten. Es gibt immer einen Betriebsleiter. 365 Tage im Jahr. Ah, 24 Stunden. Es könnte ja immer irgendwas passieren. Man müsste immer eine Entscheidung treffen. Also einen Betriebsleiter gibt es immer. Ich habe zwei Hüter auf. Ich bin Betriebsleiter für Bus- und Busbetrieb und Betriebsleiter für Straßenbahn und U-Bahn. Das sind zwei getrennte Funktionen. Formal getrennt in einer Person vereint. Ich habe jeweils acht Stellvertreter. Oh. Acht für Straßenbahn und U-Bahn und acht für Bus. Warum acht? Weil es gut ist, dieses Betriebsleiter-Wissen auch in der Organisation zu haben. Also wir versuchen, in allen relevanten Geschäftsbereichen auch Personen zu haben, die diese Qualifikation haben. Weil dann können sie so Alltagsthemen, kleinere Themen schon in ihrem Bereich behandeln. Das muss nicht alles zu mir kommen. Und die beobachten dann ihren Bereich, klären Themen in ihrem Bereich, wissen, worauf es ankommt. Weil sie haben auch die Betriebsleiter-Ausbildung. Sie haben auch die Zustimmung der Aufsichtsbehörde. Also sie sind genauso formal ausgebildet wie ich. Und sie können Dinge dann auch in ihrem Bereich entscheiden. Grundsätzliche Dinge entscheide ich. Aber was so auf Arbeitsebene, Alltagsgeschäft ist, machen die. Und wenn du jetzt in den Urlaub gehst, wird gewürfelt? Wer von den acht ist diesmal fällig? Dafür habe ich eine Assistenz. Die organisiert mich jeden Tag und auf den Urlaub. Ich sage hier, ich bin dann und dann nicht da. Ich hätte gerne eine Vertretung, weil ich ins Konzert gehe oder am Wochenende mal wegfahre. Dann werden die acht angesprochen. Und es findet sich immer einer, der sagt, ich mache die Vertretung. Das wird dann auch formal übergeben. Also mit Unterschriften hin, Unterschrift zurück. Sodass immer klar ist, wer ist Betriebsleiter. Irre. Also mir fallen noch hunderttausend Fragen ein. Aber ich möchte diese Busfunk-Folge auch ein bisschen dafür nutzen, um für die Sicherheit zu sorgen, dass du ruhig schlafen kannst. Das ist schön. Weiterhin. Und das spielen wir als Fahrgäste, nicht ich jetzt als Busfahrer, sondern die Fahrgäste spielen ja da auch eine große Rolle. Lass es uns doch mal durchgehen. Beim Bus zum Beispiel. Welche sicherheitsrelevanten Aspekte liegen dir da besonders am Herzen? Das ist so vielleicht ein bisschen auch übergreifend über Bus. Das übertrage ich dann auch für Straßenbahnen und U-Bahnen, dass sich die Fahrgäste so verhalten, wie wir es erwarten als Verkehrsunternehmen, aber auch wie es andere Fahrgäste erwarten. Und wie man auch dem Fahrer dann ein Stück weit helfen kann. Es beginnt, wie gehe ich zur Haltestelle? Wo stelle ich mich da auf? Wie verhalte ich mich dort? Wie steige ich in den Bus ein? Lasse ich erst aussteigen und dann einsteigen? Gehe ich in den Bus durch, setze ich mich hin, halte ich mich fest im Bus? Bin ich darauf vorbereitet, dass der Bus auch mal anhalten muss wieder? Wie bereite ich mich vor, dass ich wieder aussteigen kann? Wie machst du es jetzt? Wie verhalte ich mich im Bus? Fährst du mit und sagst so, hallo, festhalten? Nein, das ist einerseits, das ist eine Formalige, steht in den sogenannten Beförderungsbedingungen drin. Also das ist eine Pflicht, die die Fahrgäste haben. Aber auch wieder, das wird dem Busfahrer, das kennst du ja auch, mitgeteilt in der Ausbildung. Worauf muss er achten? Wenn die Fahrgäste einsteigen, also er muss auf besondere Fahrgäste achten, auf Kinder, auf ältere, auf Kindergruppen. Also nicht gleich losfahren, sondern vielleicht warten, bis sie sich hingesetzt haben, weil sie mehr Zeit brauchen und so. Also einerseits erwarte ich von den Fahrgästen, dass sie sich richtig und gut verhalten. Andererseits müssen wir als Fahrer auch bestimmten Fahrgastgruppen Zeit einräumen, ihnen Unterstützung geben, helfen beim Ein- und Aussteigen. Also es ist ein Geben und Nehmen. Aber jeder muss sich an die Regeln halten und dann kommen wir gemeinsam gut klar. Und das ist das Wichtigste. Vor ein paar Wochen hat die Schule wieder angefangen. Ist das für dich so ein besonders rot markierter Punkt im Jahr? Weil Anfänger sind zum ersten Mal im Straßenverkehr oder fahren zum ersten Mal Bus, weil sie in eine andere Schule gehen, wenn sie schon ein paar Jahre Schüler sind. Ist das so? Ja, das ist eine besondere Zeit im Jahr, wo neue Fahrgäste auf uns zukommen. Das sind die Kinder, die in die Schule kommen, die vielleicht erst mal mit dem Schulbus fahren. Das sind die Auszubildenden, die vielleicht auch aus dem Umland kommen, die zum ersten Mal Straßenbahn oder U-Bahn in ihrem Leben fahren. Da müssen wir schon darauf aufpassen, wie verhalten die sich. Da sind die Fahrer, ganz vorn wieder gefragt, das wahrzunehmen und vor Ort zu informieren. Aber auch die Leitstelle ist da gefragt, Schwerpunkte, wo kommen die Einpendler rein, im Hauptbahnhof oder im Nordostbahnhof. Die steigen die U-Bahn um, da auch einen Blick drauf zu haben. Oder unsere Servicemitarbeiter, die KUS, die in der automatischen U-Bahn unterwegs sind, da zu bestimmten Zeiten, an bestimmten Punkten, darauf zu achten, wie verhalten sich bestimmte Personengruppen. Und dann die auch zu werden. Aufgestockt zu solchen Zeiten? Ja, zu solchen Zeiten, ja. Oder auch sensibilisiert, schaut da mal hin. Wir haben da neue Fahrgäste, die mit uns fahren. Gibt es da noch so rote Stellen bei dir im Kalender? Alles um den Christi? Auch der Sommer zum Beispiel. Sommer? Also der Straßenbahn zum Beispiel fahren dann viele in den Tiergarten. Also da gibt es bestimmte Routen, die sich dann im Sommer so rausprägen. Die kommen im Hauptbahnhof an, fahren Richtung Tiergarten. Es gibt bestimmte Veranstaltungen wie Klassik Open Air oder Rock im Park, wo auch bestimmte besondere Besuchergruppen dann mit uns fahren. Und berichtbare. Ja, mit einem besonderen Verhalten. Ich sage es mal neutral. Ja, ich sage es ein bisschen direkter. Das hat mit Alkohol zu tun. Ja, das sind so die ganzen Sonderveranstaltungen, wo viele Fahrgäste auf uns zukommen oder vielleicht auch besondere Fahrgäste mit uns fahren, wo wir uns drauf einstellen müssen. Also das Jahr ist eigentlich voll. Dann kommt nach der Zeit des Christkindlmarktes. Was ist denn mit den Autofahrern? Die sind ja, auf die hast du ja nun gar keinen Einfluss. Die kannst du nicht schulen. Also ich als Busfahrer kann nicht sagen, wenn ich die Warnblinkanlage anhabe, dass der Trottel im Auto mit 55 an mir vorbeirauscht. Den Sicherheitsaspekt kann sie nicht beeinflussen. Kann man ein Stück weit beeinflussen, indem man die Fahrer schult, wie wir so sagen, vorausschauend, angemessen zu fahren und ein Stück weit für die anderen mitzudenken. Das ist so die Kunst des Fahrers, den Blick nicht nur auf seinen Instrumententafeln, auf seinem Bus oder im Bus zu haben, sondern auch mehr als 10 Meter vorauszuschauen, zu gucken, was passiert davon. Wer kommt da auf mich zu? Wer steht am Straßenrand? Wer parkt da aus? Macht er das richtig? Könnte da eine Tür aufgehen? Kommt da ein Fahrradfahrer von links und rechts? So etwas wahrzunehmen und dann vielleicht die Geschwindigkeit zu reduzieren, bremsbereit zu sein, aber so bremsbereit, dass er nicht auf die Vollbremse gehen muss, weil dann hat er wieder ein Problem mit Fahrgästen im Bus, sondern wirklich so zu fahren, dass er angenehm durch die Stadt kommt und lieber mal stehen bleiben, jemandem den Vorrang lassen, mal gucken, komme ich mit meinem Bus da durch oder ist die Stelle zu eng für mich? Da ist auch viel Erwartung an den Busfahrer, dass er da ein Stück weit für andere mitdenkt. Aber nochmal, ich stehe mit Warnblinker an der Bushaltestelle, ich kann natürlich, wenn es die Straßenverhältnisse, also die Breite hergibt, kann ich sagen, ich mache mich breit, dass mich an der Stelle gar keiner zu schnell überholen kann und den bleiben muss oder es ist eine Verkehrsinsel irgendwo, wo ich sage, okay, da bleibe ich stehen, aber wenn der jetzt Gas gibt und da stehen Kinder rum und da kann ich dann nichts machen, wünschst du dir da von den Autofahren, du kannst dir mal ein Appell loswerden, da auch mehr Besonnenheit, wenn es um Bus geht. Also ich wünsche mir da mehrere Dinge, also einmal Respekt vor den großen Fahrzeugen und Respekt vor der Arbeit der Busfahrer. Sie haben ein großes Gefährt, das braucht lang, um auf Geschwindigkeit zu kommen, das braucht auch lang, um wieder abzubremsen, das braucht seinen Platz zum Anhalten, zum Fahren, zum Wenden, das kennst du ja selbst und da Respekt zu sagen, jawohl, da kommt ein Bus, den lasse ich mal im Vorrang, dann einfach, wir halten alle die Regeln ein, wir parken nicht in zweiter Reihe, wir fahren nicht zu schnell, wir kommen nicht noch vorher aus der Seitenstraße rausgefahren, weil das fordert den Busfahrer ja wieder. Er muss damit irgendwie umgehen, er muss vielleicht reagieren, wie wir es gar nicht erwarten, also voll auf die Bremse treten, hat dann ein zweites Problem, also Respekt, Regeln einhalten, angemessen fahren, auch mal Höflichkeit, gegenseitige Achtung, den Bus mal vorfahren lassen, auch mal Danke sagen, wenn man mal einen Fehler gemacht hat und der andere hat reagiert. Und das geht aber ein Stück weit verloren in den letzten Jahren. Ja, also das wäre meine nächste Frage, also verändert sich da was? Das verändert sich, das verändert sich, dass eben der Respekt, man möchte immer der Erste sein, man lässt dem anderen keine Chance mehr, man meint, man ist im Recht, man erzwingt sein Recht, auch wir machen mal Fehler, auch als Busfahrer, schätzt man die Situation falsch ein, aber trotzdem kann man sagen, okay, der macht ja seine Arbeit, der ist nicht aus Spaß dort. Ich kenne ja beide Seiten, also wenn ich Busfahrer bin, dann bin ich natürlich in dieser Position, dass ich dieses Riesending da, und dann wünsche ich mir manchmal schon, dass so Autofahrer, die, wenn ich da stehe, mit Warnblinkanlage, und die dann zu schnell am Bus vorbeifahren, wo ich mir denke, ja, du darfst ja überholen, auch wenn ich den Warnblinker anhabe, aber Schrittgeschwindigkeit, und Schrittgeschwindigkeit ist etwas, was sehr viele Autofahrer nicht so wirklich auf dem Schirm haben, und ich bin selber Autofahrer und weiß, was Schrittgeschwindigkeit bedeutet, wenn man es wirklich fahren will, das ist wirklich Kriechen am Bus vorbei. Ja, aber so sind die Regeln, und da könnte ein Kind hinterm Bus vorkommen, da hast du keine Reaktion, Zeit, keinen Weg mehr, ich muss sofort anhalten können, und deswegen hat das schon seinen Sinn, und diese Regeln einhalten, egal wo, das ist ganz wichtig. Aber lass uns noch mal kurz die Sicherheitsaspekte durchgehen, zum Beispiel in der U-Bahn. Was ist der Unterschied zwischen einem Notruf und einem Nothalt? Bei Notruf, da drücke ich einen Knopf, entweder in der U-Bahn oder auch am Bahnsteig, und kann jemandem etwas mitteilen über eine gefährliche Situation oder mir geht es selber schlecht, ich bin selber in einer Notsituation, bekomme ich eine Sprachverbindung mit einem Fahrer in der U-Bahn oder mit der Leitstelle, und die kann mir helfen. Ich kann sagen, wie es mir geht oder was ich festgestellt habe, ob ich Hilfe brauche, das kann ich mitteilen und mir wird dann geholfen. Das ist der Notruf, ein Nothalt, damit kann ich den Betrieb ein Fahrzeug oder mehrere Fahrzeuge anhalten, zum Stehen bringen. Gibt es also nur im Fahrzeug? Nein, gibt es auch im Bahnsteig, bei der U-Bahn. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, da ist eine Person gefährlich nah an der Bahnsteigkante, vielleicht nicht mehr Herr ihrer Sinne, droht ins Gleis zu fallen, oder es liegt vielleicht ein Gegenstand im Gleis, der für die U-Bahn gefährlich sein könnte, dann kann ich an jedem U-Bahnhof zu einem Nothalt gehen, einfach dran ziehen und dann wird der U-Bahn-Betrieb eingestellt. Im automatischen Betrieb halten die Züge sogar automatisch an, da muss keiner was tun. Im manuellen Betrieb sieht der Zugfahrer ein rot blinkendes Licht im Tunnel und muss anhalten. Da kann ich die Situation sichern, absichern, dass nichts Schlimmeres passiert oder ich verhindere sogar Schlimmeres, also wenn eine Person droht, irgendwo ins Gleis zu fallen. Und das wünschen wir uns auch von den Fahrgästen, erstmal solche Situationen zu vermeiden. Sie selbst können was dazu tun, dass ein anderer vielleicht kein Notruf oder Nothalt ziehen muss. Und wenn sie sowas erkennen, zu reagieren. Sie sollen nicht hinterher springen in das Gleis und einen Gegenstand rausholen. Aber sie können einen Notruf drücken, wenn das ein Gegenstand ist, auf den man vielleicht mal verzichten kann, der nichts Schlimmes machen kann. Und sie können auch die Notbremse ziehen am Bahnsteig, wenn sie sagen, jetzt darf da keine U-Bahn mehr fahren, sonst passiert was Schlimmes. Man muss einem schon bewusst sein, also wenn einem jetzt die Pralinschachtel aufs Gleis fällt, dann würde ich jetzt nicht unbedingt gleich den Nothalt ziehen, sondern... Genau, dann kann ich den Notruf drücken und sagen, mir ist ein wertvoller Gegenstand reingefallen. Da kommt dann auch jemand und holt den wieder raus. Das kostet auch kein Geld. Wenn ich hineingehe, kostet das schon Geld. Gibt es immer noch Leute, die aufs Gleis springen, wenn irgendwas reingefallen ist und meinen, du bist die U-Bahn und kommst, bin ich wieder raus? Ja, gibt es schon. Dass Fahrgäste ihren vermeintlich wertvollen Gegenständen hinterher springen und die wieder rausholen wollen. Wow. Ja, das wollen wir nicht. Deswegen, auch wenn das jemand beobachtet, nicht hinterher springen, sondern Notruf drücken oder Nothalt ziehen, dann ist mehr geholfen. Das wünschen wir uns, dass man das auch tut in solchen Situationen. Also das ist auch eine quasi eine fast schon eine Ermunterung zu sagen, bevor man selbst irgendwelche wilden Aktionen macht, dann auf jeden Fall lieber... Also sich selbst nicht in Gefahr begeben, das auf keinen Fall tun und mit diesen Einrichtungen hole ich Hilfe. Man sieht auch manchmal Fahrgäste, die fangen das Telefonieren an oder das Rufen an. Dafür haben wir Einrichtungen im Zug. Wenn man an jeder Tür einen Notruf, kann man draufdrücken. An jeder Tür gibt es eine Notbremse. Kann man den Zug im Bahnsteig stehen lassen. Es gibt am Bahnsteig mindestens zwei Nothaltschalter oder zwei Notrufknöpfe. Bei Gefahr können die da draufdrücken. Wenn jetzt in der U-Bahn nachts, wenn ich sehe, da vorne Pöbelei irgendwas, da mische ich mich lieber nicht ein. Notruf oder Nothalt? Notruf immer, weil dann bekomme ich sofort eine Verbindung mit dem Fahrer, zum Beispiel. Der kann am nächsten Bahnhof anhalten, kann mir helfen, sind wir schon zu zweit. Oder die Leitstelle wird informiert, sie kann sich Videobilder aufschalten, sie kann einen Verkehrsmeister hinschicken, sind wir auch schon mit einer Verstärkung da. Bei solchen Dingen, Konflikten oder Fahrgästen oder man selbst Hilfe holen, reagieren und wenn notwendig aber auch sich aus der Situation raushalten, deeskalierend wirken. Man muss sich nicht selbst in Gefahr begeben. Aber Hilfe holen ist wichtig. Noch kurz zur Straßenbahn. Ich glaube, viele unterschätzen, also jeder weiß, die Straßenbahn fährt auf Schienen, kann also nicht in dem Sinne gelenkt werden. Was viele aber, glaube ich, nicht so auf dem Schirm haben, wie lang es dauert, bis so eine Straßenbahn steht. Weil man ja oft denkt, da kommt der Hupfi noch schnell drüber, das ist keine gute Entscheidung. Ja, also Straßenbahn wiegt leer, 40 Tonnen, ist 40 Meter lang und die will gebremst sein. Dafür brauchen wir Wegstrecke und wir können, wie du sagst, nicht ausweichen, nach rechts und links. Wir können nicht unmittelbar anhalten. Also die Verzögerung ist nicht so stark wie beim Pkw und deswegen ist es kreuzgefährlich, da aus einem Parklöcke rauszufahren, in die zweite Reihe zu fahren, noch schnell aus einer Einfahrt rauszukommen, schnell zu überholen. Passiert jeden Tag, aber die Straßenbahn, die kann nur in eine Richtung reagieren und das ist halt anhaltend. Das sind für dich so tatsächlich so Tagesgeschichten. Sowas gibt es dauernd, weil das sind so Bagatellschäden, sage ich jetzt mal, in den meisten Fällen, wo einfach Blech auf Blech trifft, weil aber meistens die anderen Verkehrsteilnehmer nicht damit gerechnet haben, wie lange es dauert, bis so eine Bahn hält. Man scheint auch eine Straßenbahn nicht wahrzunehmen. Sie ist so groß, sie ist so rot, so weiß bei uns, aber sie wird übersehen. Man schaut auf den Individualverkehr, aber man nimmt die Straßenbahn scheinbar nicht wahr. Und jeder Unfall tut uns weh, weil wir stehen erst mal, dann kann keine andere Straßenbahn mehr fahren. Wir müssen manche Linienäste dann ersetzen. Wir haben die Unfallaufnahme, dann muss die Straßenbahn vielleicht in die Werkstatt. Sie fällt dann für den nächsten Tag aus, sie fällt ad hoc aus für andere Fahrgäste. entsteht eine Lücke, sie kann nicht fahren. Also das tut uns schon weh. Noch ein interessanter Aspekt, finde ich. Das eine ist, das tatsächliche Sicherheitsdenken von dir, die Anforderungen, die du stellst und die dann umgesetzt werden, damit der Fahrgast sich sicher bewegt. Das andere ist aber auch das Sicherheitsgefühl für mich als Fahrgast. Wie fühle ich mich in dem Verkehrsmittel? Und auch da, auch das ist was, was dich umtreibt und auch da gibt es Maßnahmen. Erzähl mal ein bisschen, weil das fällt einem so gar nicht so auf. Ja, da gibt es sehr viele Maßnahmen und das gehört auch zu meiner Aufgabe mit dazu. Also nicht nur dafür zu sorgen, dass die Fahrzeuge und Anlagen funktionieren, sondern auch, dass sich der Fahrgast sicher fühlt. Wir haben die Chance gehabt und auch genutzt, in den letzten Jahren viele Fahrzeuge neu zu beschaffen. Also wir haben eine sehr moderne, eine sehr gut ausgestaltete Flotte, Bussen, Straßenbahn, U-Bahn. Die sind auch einheitlich gestaltet und solche Dinge wie Fahrzeuggestaltung steige ich da gerne ein in so ein Fahrzeug, finde ich mich in dem Fahrzeug zurecht. Habe ich da eine Videoüberwachung drin? Habe ich Notfalleinrichtungen in den Fahrzeugen? Das sind so Dinge, wo der Fahrgast sagen kann, ich gehe da gerne hinein, ich setze mich da hin, ich kann mich da orientieren, ich weiß, wo ich draufdrücken muss im Notfall. Ich bekomme Hilfe, nicht nur drücken und dann warten, sondern ich bekomme unmittelbar eine Reaktion, entweder aus der Leitstelle oder vom Fahrer. Der kann dann zu mir kommen oder kann sagen, ich sehe Sie, in der nächsten Haltestelle kommt jemand zu Ihnen, wir lassen die U-Bahn stehen. Das sind so Dinge, wo man dem Fahrgast noch sagen kann, du kannst nicht nur darauf vertrauen, dass der Bus nicht auseinanderfällt, sondern wenn du mal in einer Situation bist, dann nehmen wir das wahr. Du kannst dich bemerkbar machen und wir bringen Hilfe zu dir. Aber es gehören auch solche Facetten dazu, dass man sagt, ich fühle mich bei der VAG wohl, wir haben saubere Fahrzeuge, wir achten darauf, dass die Einrichtungen auch in einem ansehlichen Zustand sind, wir tauschen Sitze aus, wenn sie verschlissen sind, wir reinigen Bahnsteige, wir reparieren bestimmte Einrichtungen, man traut sich auch auf dem Fahrscheinautomaten die Taste zu drücken, weil die ständig gereinigt werden. Also auch das gehört dazu, in Richtung Sicherheit, dass wir auch einladend sind für den Fahrgast, dass er mit uns fährt, dass er sagt, ich bin vielleicht auf die VAG angewiesen, weil ich habe kein eigenes Auto oder heute schlechtes Wetter, ich will nicht mit dem Fahrrad fahren, aber ich gehe auch gern hin. Ja, die geben sich Mühe. Die geben sich Mühe. Okay, und ich kann mir gut vorstellen, jetzt kommen die Wintermonate, das Sicherheitsgefühl verstärkt sich, wenn es dunkel wird und auch da hast du einiges in petto. Ja, wir wollen natürlich sicherstellen, dass die Fahrgäste von Haustür zu Haustür kommen und dafür haben wir auch einige Angebote, die der Fahrgast nutzen kann, die er auch anfordern kann. Zum Beispiel ist es möglich, dass er beim Bus ab 20 Uhr auch zwischen den Haltestellen aussteigt, also er muss nicht bis zur nächsten Haltestelle fahren, er kann zum Busfahrer gehen und kann einen Wunsch äußern, auszusteigen und wenn das möglich ist, ohne Gefahr für den Fahrgast, ohne Gefahr auch für den Straßenverkehr, dann wird der Busfahrer an geeigneter Stelle anhalten und der Fahrgast kann aussteigen, also mit kurzen Wegen nach Hause. Super gut. Das ist das, was wir, glaube ich, gar nicht wissen. Ja, ein anderes Angebot ist, dass man sich auch zu einer Haltestelle ein Taxi bestellen kann. Der Taxihof kostet nichts. Man geht zum Fahrer und sagt, ich muss an der Haltestelle XY ein Taxi haben, dann informiert der Fahrer die Leitstelle, das Taxi wird gerufen und wenn man aussteigt, wenn man ankommt, kann man direkt ins Taxi umsteigen und muss nicht lange warten. Muss man aber selber zahlen. Das muss man selber zahlen. Der Taxiruf ist kostenlos, also Taxiruf ist kostenlos, aber das Taxi muss dann der Fahrgast schon selber zahlen. Ja, das ist aber schon ein ganz wichtiger Aspekt, weil gerade Frauen, wenn es dunkel ist, nicht viel los mehr in der U-Bahn. Also wir wollen alles dafür tun, dass Fahrgäste, wenn sie bei uns eingestiegen sind, auch zügig, ohne lange Wartezeiten, bis zu ihrer Haustür kommen. Das sind Angebote, die wir selber geben können. Also der Bus hält in der Nähe der Haustür. Das sind Angebote von Dritten, die wir nutzen. Das ist zum Beispiel der Taxiruf. Das ist aber auch unsere eigene Organisation. Also wenn wir in den Abendstunden fahren, im 20-Minuten-Takt oder 40-Minuten-Takt, dann ist es auch eine Aufgabe der Leitstelle, dafür zu sorgen, dass zum Beispiel Anschlüsse klappen, dass man an einem Busbahnhof ankommen kann und kann mit dem nächsten Bus weiterfahren. Und wenn ein Bus verspätet kommt, dann halten wir auch die abfahrenden Busse noch ein paar Minuten auf, sodass Fahrgäste umsteigen können und dann nicht 40 Minuten warten müssen. Das heißt, ich kann vorgehen zum Fahrer, kann sagen, ich verpasse meinen Anschlussbus. Können Sie sagen, dass der warten soll? Genau, das kann der Fahrgast machen. Der kann vorgehen und sagen, welche Linie warten soll. Dann informiert der Fahrer die Leitstelle und die wieder den anderen Busfahrer und die warten dann aufeinander. Genauso abends in der U-Bahn. Wenn wir wissen, wir haben zentrale Anschlüsse am Hauptbahnhof oder am Plärrer, vor allem in den letzten Fahrten, dass dann wirklich alle U-Bahnen, zwei Linien, vier Richtungen dann stehen und aufeinander warten. Fahrgäste können umsteigen und es bleibt keiner mehr zurück. Der Busfunk ist gerne auch immer so ein bisschen Jobbörse. Wir wollen die Menschen auch gerne ermutigen, sich vielleicht, wenn sie schon bei der VAG sind, für etwas Neues zu interessieren oder auch als Quereinsteiger hierher zu kommen. Hast du freie Stellen? Hast du Bedarf? Du hättest jetzt die Gelegenheit. Ja, habe ich. Hast du? Ja, ich selbst. Ich suche einen Nachfolger. Nein, Nachfolger für Mitarbeiter. Das ist hinten dran noch ein Halbsatz. Der geht in den Ruhestand Mitte nächsten Jahres. Also es ist ein Mitarbeiter im Betriebsleiterbüro. Das sind sechs Mitarbeiter, die mich unterstützen auf fachlicher Ebene oder betrieblicher Ebene. Und da ist derzeit eine Ausschreibung veröffentlicht für eine Stelle, für eine Nachbesetzung. Auch als Quereinsteiger von draußen? Ja, kann man sich bewerben bei der VAG. Wir suchen überall in der VAG. Die VAG brummt. Sie brummt betrieblich. Wir haben viel zu tun. Wir fahren viel. Sie brummt im Rahmen der Innovation, Erneuerung, Instandhaltung. Wir brauchen Fahrer, Bus, Straßenbahn, U-Bahn. Wir brauchen Instandhaltungspersonal. Wir brauchen Ingenieure. Wir brauchen Planer. Oder wir brauchen Mitarbeiter beim Betriebsleiter. All right. Andreas, ich wünsche dir von Herzen, dass es weiterhin so sicher zugeht bei der VAG. Ich habe großen Respekt vor dieser Verantwortung, die du da trägst für die hunderttausenden Fahrgäste. Und ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg weiterhin. Bleiben Sie sicher, sagt immer Rudi Zerne am Ende von Aktion. Bleiben Sie sicher. Danke für den Besuch. Dankeschön für das Gespräch. Nächstes Mal gibt es dann was zu feiern im Busfunk. 30. Geburtstag. So viel sei verraten. Der Moderator ist es nicht, obwohl ich so jung ausschaue. Es ist eine ganze Abteilung der VAG. Ohne die, und das kann ich schon mal vorwegnehmen, ohne die würde an so einem ganz normalen Nahverkehrstag in Nürnberg eigentlich gar nichts mehr funktionieren, wenn es die nicht gäbe. Würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 2 اس 2